Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Soulmask. Weiter geht's. Wir sollen ein Leuchtfeuer bauen. Das werden wir jetzt auch gerne tun, weil das Leuchtfeuer soll in der Nähe der Base sein. Ich habe hier überlegt, ob wir das da, 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 da hinstellen. Dann können wir nämlich das Gebäude hier noch ein bisschen größer machen. Kollision mit. Du solltest dich in der Umgebung mit den Zündbaren platzieren, anders wird dir das Gebäude zerfallen. Okay, aber ich würde es tatsächlich hier hin bauen. Ich weiß nur nicht, wie weit ist die Range. Uff. Okay, hallo. Du kriegst ja auf jeden Fall erstmal das da rein. Warte mal, kann ich dann das Ding da unten weg machen? Ich würde jetzt sagen, ja, ne? Dann kann das doch da raus. Gib mal her das Zeug. Das da. Und dann würde ich das doch jetzt demontieren. Beschädigte Gegenstände können nicht demontiert werden. Bitte was? Okay, reparieren kann ich jetzt auch nicht. Versetzen, demontieren, auslöschen. Demontieren. Okay, dann bleibst du hier. Herumstreicher hatte... Halt, 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 hey, 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 hey. Hey. Ähm, hat er ein Lager entdeckt und da diese Welt voller Gefahren steckt, hofft er sie sich... Ja, ja, aber was spammst du mich denn zu? Junge. Ja, komm. Okay, tief im Regenwald liegt das Teritorium des... Würdest du jetzt die ganze Zeit mit mir schreiben, oder was? Bitte nicht. Du bist ja richtig gut ausgerüstet. Ich hab noch kein Schild. Ähm, okay, ähm, was ist hier? Ähm, ja, 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 blubull nicht. Okay, ähm, stelle Stroh, äh, Baumaterial her, um, äh, reiche, richte ein überdachtes Unterkunft. Okay, machen wir, wir sollen eine Unterkunft herstellen. Ich hatte hier schon, äh, Strohboden gemacht, für was auch immer. Ich würde aber jetzt hier noch eine Strohwand herstellen. Ich brauche eigentlich noch ein paar mehr, ne? Okay, kann ich dir sagen, geh irgendwas machen? Öffentliche Berechtigung, Position, Stammesmitglieder, Arbeit. Ah, ja. Sammel in der Wildnis. Lagerfeuer. E, Ernte. Äh. Okay, er ist sogar Ernter. Okay, wirft, äh, ohne, was? Wirft automatisch, ach so, ja. Das hört sich gut an. Mach mal 100. Ich weiß nur nicht, was, was sammelt der denn jetzt? Ernte. Ja, was denn? Was erntet der denn jetzt? Okay, mach einfach mal. Okay, gib Gas. Ich weiß ja nicht, was er jetzt erntet, aber er geht irgendwas ernten. Gut. Wir müssen eine Kiste bauen, dass er das da reinschmeißen kann. Ähm, das ist jetzt unsere, eine Holzstrohkiste. Hier, Strohfasern irgendwas, alles klar. Strohfasern irgendwas. Das kriegen wir hin. Oder sammelt der jetzt einfach so wie ich? Ich denke ja, ne? Strohfasern irgendwas. Äh, die Holzkiste. Bauen wir mal eine. Äh, kann ich? Wait. Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall eine Treppe. Und eine, warte mal, kann man hier eine Treppe bauen? Treppe, 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 Treppe. Holztürrahmen brauchen wir auf jeden Fall. Oh, Strohtreppe. Was fehlt hier? Stroh. Okay. Das war wieder klar. Äh, stopp. Wir machen aber hier. Okay. Ähm, das da hin. Dann machen wir das hier hin. So. Dann würde ich gerne dich, äh, da hin. Oh, die ist aber sehr klein. Äh, so. Okay. Ich brauche... Alles Mögliche. Nimmt dir sich der enteckig Essen selbst raus, oder? Okay, das muss ich mal noch rausfinden. Okay, ich muss so viel rausfinden. Alter, das ist so spannend gerade. Also, das ist ganz ehrlich so geil. Ähm, so viele schöne Sachen. Ähm, wir brauchen eine Tür, eine Wand. Noch eine Wand, noch eine Wand. Okay, mehr Wände können wir nicht herstellen. Alles klar. Ey. Ey. Nimm das blöde Ding raus. Die Verlust. Achso, der... So. Okay. Gut. Du kommst auch, bitte. Ähm, Leuchtfeuer ist da. Mhm. Können wir jetzt noch ein paar Sachen bauen? Ja, könnten wir. Ich weiß nur nicht, wer will viele. Deswegen gucken wir mal. Wir bauen jetzt nochmal zwei. Und dann schauen wir mal weiter. So, und wir brauchen immer noch die Travel. Ähm, die Tür kommt natürlich hier rein. Dann würde ich gerne die Nüsse da mal ganz kurz wegschmeißen. So, wir haben... Wie viele haben wir jetzt davon? Ähm. Okay. Ah, okay. Das habe ich gesucht. Genau. Also, ähm, wir können... Warte mal. Können wir das nochmal demontieren, bitte? Dann würde ich nämlich tatsächlich die sieben, äh, Z gedrückt halten. Hier ein Fenster reinmachen. Nein. Wir brauchen noch eine. Strohwand. Dann bräuchten wir immer noch einen Strohtrebe. Strohboden. Brunnen. Alles klar. So. Oh, wir brauchen hier noch eine. Scheiße. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Äh. Machst du Pause oder was? Kann ich das jetzt einfach da... Reiber ziehen? Was ist das denn? Heuschrecken. Stroh. So, warum machst du jetzt Pause? Abgeschlossen. Ach, weil er 100 Einheiten gesammelt hat. Ah, okay, okay. Arbeit kopieren. Arbeit löschen. Äh, machen wir 500. Und los. So. Und los. Am warten. Auf was? Okay. In Gange. Alles klar. Viel Spaß. Hat er mir überhaupt irgendwas genug damit gebracht? Ei, 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 ei. Äh, dicke Seile brauchen wir. Alles klar. Äh, ich mache mal 10. Okay, das mit dem Arbeiter, das ist ja mal richtig geil. Ich glaube, damit kann man ja richtig viel, viel Scheiße bauen. Also, was heißt Scheiße, aber... Ne, also, ich glaube, damit kann man wirklich gut... Anerkennung, Stimmung. Warum ist ja nicht Stimmung sie nötig? Kann man das sehen? Verhalten einstellen. Was ist denn Verhalten einstellen? Automatisch essen, automatisch trinken, automatisch... Ah, okay. Okay. Gut. Ähm, Entschuldigung. Ich muss ja jetzt ein bisschen lernen hier, ne? Also, ähm, für alle, die das jetzt schon... Äh, noch nicht so, dann gut. Für alle, die schon mal länger wissen, was hier abläuft, dann auch gut. Ähm. Was hast du jetzt gemacht? Der hat mir das Acht reingelegt. Geil? Entschuldigung. Ähm, so. Und jetzt soll ich noch ein... Äh, ich stelle... Strom hat ja recht eine Überdachtung. So, ja, was ist ein Dach? Äh, Dach? Strohdach, tatsächlich. Ähm. Ähm. Okay, Strohdach. Alles klar. Ähm. Ähm. Huch. Hoppala. Nein. Das wackelt sogar richtig. Ähm. Kann ich? Okay. Kann ich nicht. Äh, so. Wie kriege ich? Moment. Äh, Z. Z. Das dahin. Das dahin. Okay, wir brauchen noch auf jeden Fall noch ein paar. Äh, Grasmatte. Was ist denn? Erlaubt Spielern und Gefährten sich auszuruhen. Ja dann. Wenn dem so ist. Äh, Dach. Wir brauchen Stroh. Äh, er hatte doch da uns schon was reingelegt, ne? Stroh tatsächlich. Okay, rein damit. Rein damit, rein damit. Einmal sortieren bitte. Dach. Also was wir hier auf jeden Fall öfters benutzen werden müssen, ist auf jeden Fall die Suche über die Suche. Das ist mir jetzt auf jeden Fall schon aufgefallen. Ähm. So. So. Hm. Ja, okay. Ähm, N, N. Ja, ja. Ähm, so wie stehe ich denn jetzt wieder auf? Ach, mit R. Okay, alles klar. So. Gut. Dann müssen wir da noch mal was ändern. Dann. Nee. Da muss das hin. Kann man hier nicht irgendwie so eine Draufsicht haben beim Bauen? Ist ja gar nicht schlimm. so. Und jetzt. Oh. Z, 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 Z. Und da. Einer fehlt noch. So, was ist mit dir? Ich bin wieder abgeschlossen, oder was? Alles klar. Ja, okay. Kann ich denn diesen Auftrag jetzt noch mal? Moment. Also, ich kann den tatsächlich nicht noch mal machen. Pausiert. Beginnen. Beginnen. Nee. Er lässt es mich nicht noch mal machen. Ähm. Sammeln in der Welche Arbeitszielfelden. Unbegrenzt. Ähm. Unbegrenzt. Unbegrenzt. Ähm. Lagerfeuer. Holz. Strohkiste. Also, die lässt er sich mich... Ah, okay. Aber das ist cool. Also, dass er sogar sagt, was er alles gemacht hat und wie er es gemacht hat. Ähm. Okay, das ist mega gut. So, wie kann ich dich jetzt reparieren hier, mein Freund? Warum habe ich jetzt zwei? Warum habe ich noch eine zweite Pike? Ich würde die gerne reparieren. Diesen Gegenstand muss per Hand oder an einem Reparateur... Ja, aber wie? Ah. Okay, mit F drauf. Alles klar. Mhm. 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 Okay. Ähm. So. Ich habe nur Angst, dass meine neue Pappfigur da, also mein Helfer, gleich irgendwann sagt, so, nee, nee, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ähm. Ich ziehe jetzt Leine und du kannst jetzt mal gucken, was du hier machst am Dach. So. Das ist so irgendwie gerade noch meine Befürchtung. Weil ich hatte schon mal so ein Spiel und dann warst du nicht schnell genug und dann hat er gesagt, okay, ich bin jetzt weg. Und dann kam auch kein Neuer. Ähm. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, wie er denn gestimmt ist. Wird gebaut. Was wird denn hier gebaut? Wir sind fertig, mein Freund. Oh, machst du Pause? Ja, dann machen wir doch die Tüte zu. Komm. Setzen wir uns dazu. Hi. Ähm. Okay. Drücke T, um dein Wissen. Tischler. Ähm. Was? Tischler? Tischler. Basis Tischler. Basis Tischler. Basis Schlachten? Das ist was anderes, was ich nicht wollte, aber ist egal. Basis Tischler. Ist das denn jetzt ein Upgrade oder was? Ähm. Okay. Ähm. Drücke Tab, um die Herstellungsweise aufzurufen und stelle einen Schreinertisch her. Okay. Schreinertisch. Okay. Ähm. Da rechts ist tatsächlich Trautesheim in der Umgebung, der eigenen Zuhause, von wegen blablabla. Ähm. Die Stimmung ist gut. Lass mal gucken. Ne. Die Stimmung ist aber immer noch 4,88, mein Freund, ne? Hm. Bist du denn schon fertig oder machst du gerade einfach nur Pause? Abgeschlossen. Psst. Okay. Kann ich dem denn noch irgendwas anderes? Moment. Sammel in der Wildnis, Leuchtfeuer, ernten, unbegrenzt, Strohkiste. Ach so und so, jetzt, dann würde er so lange machen, bis er, bis er keinen Bock mehr hat oder was? Scheint so. Okay. Scheint so. Ähm. Passiere auf dem Fundament, okay, machen wir. Okay, haben wir. Okay, haben wir. Chef. 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 Wo bist denn du? Da. Da. Halt, halt. Hi, hi. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Kaum zu glauben, aber wahr. Eh, nee. Ich möchte mit dir reden. So, halt, stopp. Pausieren. Ich würde gerne, dass du, äh, in der Wildnis sammelst, und zwar im Leuchtfeuer, und zwar Holz fällst, und zwar unbegrenzt, nee, machen wir mal, hund, 200, ähm, und, ähm, du darfst die Arbeit beginnen. Ah, okay, dann ist die andere Kacke, hä? Das ist aber nicht das, was ich dir gesagt habe, löschen. So, warte mal. Noch einmal. Ähm, sammeln in der Wildnis, Arbeitsstätte da, Holz fällen, äh, 200, und in die Strohkiste, und speichern. Und auf geht's. Und los. Okay. Hey. Der geht Holz fällen. Ähm, wir natürlich auch ein bisschen. Wir natürlich auch ein bisschen. Also wir wollen ihn jetzt nicht alleine da arbeiten lassen, auf keinen Fall. Ding. So. Oh, oh. Da war die Pieke, äh, die Axt kaputt. Hast du eine Axt, ja, ne? Oh ja, dir geht's gut, ich merke das schon. Okay, ähm, wir gehen hier nochmal rein, machen die Ports wieder zu, dann gehen wir hier hin und, wie viel waren das? Fünf, ne? Hallo, was machst du da? Stopp. 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 Jetzt hab ich eine Holzplatte. Okay. Ähm, dann ist das halt so. Eine. Fünf Stück. Und die kann ich dann auch direkt nochmal reparieren. F-10. Okay. Haben wir. Drücke T, Steinwaffen. Steinwaffen. Tierzucht. Ähm, okay. Warte mal. Äh, äh, jetzt. Alter, was kommt denn da noch alles? Okay. Gut. Ähm, 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 Steinwaffen da unten. Dann hätten wir das gerne, glaube ich. Aber alles einmal. Wo ist der Typ für den Riesenhammer hier? Großschwert. Doppelt. Holz- und Steinrammgeräte. Was ist denn Holz- und Stamm- und Reimgeräte? Ein Rambock, der aus Holz und Steine gestellt wird. Es kann bei Strohgebäuden gewaltigen Staaten einrichten. Ah, ah, okay, 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 verstehe. Ähm, da in die Richtung gehen wir langsam. Ähm, ich stelle Beispiel Speer. Ja, okay. Wir sollen ein Speer herstellen. Stein. Okay, alles ist klar. Also, das ist jetzt. Warte mal. Das ist doch Stein. Hä? Moment. Wir gehen nochmal ganz kurz hier dran. Ich bin jetzt verwirrt. Das ist Stein. Das ist Stein. Okay, das ist auch Stein, ne? Genau, also es geht hier tatsächlich nur um die Waffe. Okay, alles klar. Ich, sorry, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Einfach aus dem Grunde, weil er das jetzt gerade so komisch gemacht hat. Boah, der ist ein Riesenhammer, den würde ich ja schon. Also, lieber ein Speer. Ah, okay, lieber ein Speer, ne? Also, lieber ein Speer. Okay, wir machen den Speer, weil wir den auch schmeißen können. Ähm, Feuerstein 5, dickes Seil 2. Haben wir nicht eben Holzgriffe gebaut? Ähm, dickes Seil. Machen wir einfach nochmal 10. Ich glaube, die sind noch hier drin geblieben. Ja, genau. Können wir die dann auch hier drin bauen? Nein, okay, können wir nicht. Äh, so. Warum ist denn jetzt? Egal. Okay. Ähm, schlacht, schlacht, schlacht der Tisch. Okay, alles klar. Äh, düdüp, 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 düdüp. Was habe ich jetzt gesagt? Stein, Speer, ne? Jetzt brauchen wir noch 5 Feuersteine. Haben wir hier 5 Feuersteine? Wo kriegen wir den Feuerstein her? Ich würde hier fast sagen, vom, ähm, Hallo? Tür? Ah. Von sowas hier, ne? Halt Feuerstein. Einer, drei, zwei. Moment. Haben wir da nicht schon genug? Wo habe ich denn die Feuersteine hingeschmissen? Nein? Ich hatte doch welche. Nein. Hier ist was anderes drin. Okay, das mit dem... Okay, einfach doppelklicken, dann gehen wir rüber. Alles klar, alles klar, alles klar. Ähm, erstmal laden. Erstmal laden. Okay, dann... Oh, scheiße. Wir sind ja schon wieder im Überstunden hier. Ich sehe gerade. Okay, wir haben den Feuerstein. Wir machen jetzt noch die, die Stein, Stein, Speer. So. Den Craftenbar. In der Zwischenzeit sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Sorry, ich versuche gerade wieder ein bisschen rauszuzögern. Okay, wir haben unseren Steinschwert. Äh, Steinsch... Bär. Können wir den eigentlich auch schmeißen? Natürlich. Okay. Zurück damit. Ja, vielen, vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.